hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einem ja wie soll ich es sagen trailer revival reaction video ich mache sowas eigentlich nicht und gestern ist ja der trailer zu super mario brothers der film erschienen in der nintendo direct die hatte ich mir ich glaube 22.05 oder so ging es los die hatte ich mir angeschaut war schon sehr beeindruckt und jetzt gibt es auch einen offiziellen deutschen trailer und mit den deutschen stimmen von bowser toad mario ich glaube mario wird von chris pratt gesprochen ich glaube bekannt aus guardians of the galaxy und jurassic world und ich glaube bowser wird von jack black synchronisiert kennt man aus king kong oder gullivers reisen so wie gesagt ich mache eigentlich so eine reaction videos überhaupt nicht aber ich dachte mir super mario brothers kennt eigentlich jeder wir werden uns den trailer noch mal auf deutsch anschauen und deswegen würde ich sagen wir warten einfach mal lassen uns gespannt überraschen auf jeden fall sieht es wirklich also das was man gesehen hat in den trailer sieht wirklich richtig gut aus und schon das schiff hier vom bowser also herrlich muss ich sagen richtig gut das ist eigentlich eine ganze insel oder schönes schwänzchen bowser ok kinguine und schnee bälle ok das war nur ein vorgeschmack auf unseren zauber ergebt ihr euch das tue ich nicht oh ja das sieht richtig richtig geil aus ich hab ihn endlich gefunden und wer soll mich aufhalten oh yeah mario im pilzkönigreich was ist das für ein ort der super mario brothers film von nintendo in elimination oh ja Luigi und knochen trocken demnächst im kino geil ok gut also das war der deutsche trailer von der super mario brothers film also ich muss schon sagen also ich hab mich ja ein bisschen belesen ich glaube im vorfeld wurde sehr viel kritik geübt dass chris brad Mario spricht es passt eigentlich nicht Jack Black wurde wieder gefeiert dass er Bowser spricht aber ich denke mal wenn man sich ein bisschen so an die Stimmen gewöhnt dann denke ich mal ja dann wird das schon klappen denke ich mal also der soll ja glaube ich 23 erscheinen der Film und also ich werde mir definitiv anschauen und wir haben ja schon jetzt wie gesagt einen kleinen Vorgeschmack hier äh bekommen Bowser sieht halt wirklich gut aus ne muss ich sagen und vor allen Dingen auch hier seine sein Schiff im Prinzip mit dem Vulkan ich denke mal das wird seine eigene Welt sein oder so aber warum greift der gerade die Pinguine an hier das ist schon Kamek auch voll lustig also ist schon okay und ähm verschiedene Coopers mit Augenglappe der hat Angst hier das ist schon Bowser sieht natürlich fantastisch aus ne Pinguine kennt man ja aus Super Mario Bros. Spielen auch und man sieht ja dass Bowser hier in dieser diese Festung eindringt und ja unbedingt diesen Stern haben will aber das sieht jetzt auch nicht aus das sieht halt aus wie ein Power Stern ne wo man unverwundbar wird gefunden und wer soll mich aufhalten die 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 ja wer soll dich aufhalten Mario wird hier aus ner Röhre geschossen knallt natürlich da voll auf den Pilz ne also sieht schon cool aus dass das Pilzkönigreich die Pilze hier die also ich glaube die können schon richtig gute Animation machen auch Mario sieht eigentlich doch voll okay aus oder also da kann man doch normal nicht meckern also bitte und ich denke mal an die Stimmen wird man sich auf jeden Fall gewöhnen ich hoffe ja bald auf einen neuen Trailer dass ich ich möchte Peach sehen ich will unbedingt wissen wie sieht Peach aus wie wird Peach synchronisiert sein ich mag Peach einfach da ist Mario erstmal komplett nebensächlich ne aber ok Mario sieht schon cool auch auch der Tod hier ne ich glaube das ist sogar der Original Synchronsprecher aus den Spielen wenn mich nicht alles täuscht aber das ist schon ja ist cool wie gesagt ich bin jetzt halt nicht der Reaction Profi ich mach das wie gesagt hier jetzt zum ersten Mal hinten ist Peach Schloss Pilzkönigreich sieht cool aus schwebende Inseln überall Pilze der Weg hier der führt wahrscheinlich zu Peach Schloss wir gehen natürlich genau komplett geradeaus und ja in der Endsequenz sieht man sogar noch Luigi der flüchtet vor Knochentrocken und das gibt eigentlich Super Luigi's oder Luigi's Menschen Vibes bringt das eigentlich hier über die Lava auch hier drüber überhaupt hier drinnen das ist schon ist schon ok ok demnächst im Kino also ich glaube irgendwann 23 soll das dann im Kino erscheinen und ich sag mal so wenn es euch also das war ja nun mein erster meine erste Reaction keine Ahnung vielleicht kommen noch ein paar dann schreibt es in die Kommentare wenn ihr sowas sehen wollt ihr könnt gerne den Daumen nach oben da lassen würde ich mich freuen oder halt ein Abo oder ein Kommentar ein Like natürlich oder ihr aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr halt kein Video mehr und ich sag wir sehen uns beim nächsten Mal vielleicht gibt es dann nochmal so ein Revival Reaction Video von mir also machts gut euer Basti Tschüssi